Wir sind sprachlos. Wir hätten damit nie gerechnet. Vielen, vielen Dank. Super cooles Event. Mega coole Leute getroffen. Ganz, ganz starke Teams. Dass wir es geworden sind, hätten wir wirklich nicht gedacht. Das hätten auch alle anderen verdient gehabt. Also unglaublich. Danke. Uns kommt es bei einem Startup vor allem auf das Team an. Als Bandventure gucken wir dann natürlich auch auf das soziale Engagement der Gründer und wie fern sie auch die Wirkung schaffen wollen. Nicht nur durch Unternehmen, sondern auch durch die Person selber. Ich fühle mich grandios. Vor allem, dass unsere Mission Turning Waste into Purpose überzeugen konnte. Vor allem neben diesen grandiosen Startups, die auch noch gepitcht haben. Uns freut es sehr, dass wir gewonnen haben, dass das Publikum für uns gewartet hat und vor allem unsere Geschichte und unsere Geschäftsidee auch verstanden hat. Das freut uns sehr. Pickup für Braunschweig ein neues Format, das in Niedersachsen seinesgleichen sucht. Wir haben aus ganz Norddeutschland und sogar weit darüber hinaus hier Gründerinnen und Gründer versammelt, um zu zeigen, dass man in Braunschweig ideal gründen kann, dass die ideale Bedingungen sind, dass man hier gut investieren kann und natürlich für alle modernen und jungen Unternehmen hier auch bleiben kann. Denn die Region ist lebenswert und bietet alles, was man braucht, um sich hier ein tolles Unternehmen aufzubauen. Für uns geht heute ein sehr glücklicher Tag zu Ende. Wir haben das erste Mal unseren Startup Summit Big Up durchgeführt hier in Braunschweig für die Startups aus der Region, für Startups aus Niedersachsen und darüber hinaus. Es ist uns gelungen, sehr viele Venture-Capitalgeber, also Risikokapitalgeber zu gewinnen für die Veranstaltung. Wir konnten hoffentlich ertragreiche Verbindungen herstellen. Wir sind super glücklich, dass die Premiere so gut funktioniert hat. Wir sind super glücklich, dass die Premiere so gut funktioniert hat. Ich bin super glücklich, dass das Spiel funktioniert. Ich bin super glücklich, dass die Premiere wie das ein bisschen zu setzen. Die Schule kann man auch mit den Teilen müssen. Wir sind sehr glücklich, dass ich mich damit nicht die Lösung kann.